was geht ab leute willkommen in meinem neuen video mal was aktuelles und zwar wie es den titel schon gesehen habe februar 2019 ist heute am start wir haben sonntag 6 uhr morgens und ich werde gleich abgeholt muss jetzt noch essen machen und dann geht es für mich los wieder auf die fieber und nicht auf den stand sondern ich laufe einfach nur um besuchen paar leute und ich freue mich wie ein keks viel spaß bei diesem video mein frühstück ist eigentlich super super basic und zwar gibt es hier 100 gramm auf 100 gramm auf 100 gramm aus mache ich dann drei löffel smectastic rein argentinische rinderhüfte als drittes haben wir dann noch vier eikla und ein vollei mit dieser glutamat freien sriracha soße amando und schönst du heute auch auf die fieber amando Dankeschön. 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 Guckt euch das mal an. Das ist aber verstellend. Du wisst ihr, das habe ich schon nie gesehen. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Wir sehen uns auf der nächsten Mal. Erstmal ein bisschen was essen und Standard. Martin, wieso siehst du so fett aus? Bruder, es sieht ekelhaft aus. Lass mal diese stecken, zieh mal lieber. Ja. Ist aber ganz dezent von der Seite. Ja, da muss man, dass du den Winkel aufgehst. Ja, da muss man arbeiten. Gleiches Tag. Gleiches Tag. Sag mal schöne Grüße. Hi. Hi. Hey Tasha. Hi. Ich mach ein Video für Youtube. Nicht wundern. Ja. 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 Ich bin voll geschwungen dann plötzlich. Ich wollte schön schnell mal an, aber ging nicht. Egal. Alles fürs Nock. Ja. Und das war's. Ja, ja. Egal. Das heißt, das ist unser Falkheim. Wie ihr gerade schon gesehen habt, saß ich auf einem Rudergerät mit einer VR-Brill auf. Und das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich so ein Ding aufgehabt habe. Dementsprechend hat es mich ganz schön geflasht. Also ich hatte nicht erwartet, dass das wirklich so real sich anfühlt, trotz noch nicht so guter Grafik. Aber wie ihr im Videotitel schon gesehen habt, das könnte die Menschheit retten. Und zwar in Bezug auf Übergewicht. Weil, wir kennen es alle, man ist zu faul für Cardio. Und viele Menschen machen dann gar nichts. Sitzen zu Hause, spielen Videospiele oder gucken Fernsehen oder sonst was. Und das könnte wirklich eine Lösung sein, weil dort könnten Videospiele, also richtige Videospiele entwickelt werden mit bombastischer Grafik, die einen Wegstatt zu animieren, auch aktiv zu sein. Der wird richtig gut in so einem ekelhaften Schlag schmecken. Kippt das Lean in die Sprite 187 vor Life. Der hat richtig in Russenhock geprüht. Du musst noch fest diese. Dann diese, jetzt. Du musst noch umdrehen so. Also, Fibu zu Ende. Hat Spaß gemacht, hab viele coole Leute wieder gesehen. Auch mit Armando und Martin. Und jetzt sind wir immer noch auf dem Heimweg. Und damit beende ich dann auch das Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne wieder. Nächste Woche wird auch ein Video gefilmt. Es wird ein Training sein mit Manuel. Ich hab's auf Instagram schon gepostet. Falls ihr mir noch nicht folgt, Stefan Patrick Kaiser. Und alle anderen sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.